Unsere Familie bauert seit über 300 Jahren hier. Wir produzieren pestizidfrei, das heisst ohne chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel. Wir haben Obstbau, Weinbau und Ackerbau und das funktioniert in allen Betriebszwiegen wunderbar. Wir leisten Pionierarbeit mit unserem Agroforstsystem. Das heisst, wir pflanzen Obstbäume in weiten Abständen und zwischendrin säen wir Dinkel oder verschiedene andere Ackerkulturen. Das bringt uns eine höhere Biodiversität, aber auch die Produktivität pro Fläche können wir dadurch enorm steigern. Schon über 30 Jahre wird auf dem Bauernhof biologisch gewirtschaftet. Dass wir chemisch-synthetische Pestizide einsetzen, das ist keine Option. Das sind unsere Kiwi-Bäume. Das sind wahre Vitamin C-Bomben im Winter. Das sind sehr robuste Pflanzen, die Kiwis, und sie brauchen gar keine Pestizide. Das Zuhause der Ohrenmüttler, das sind unsere stillen Helfer. Wenn ihr auf das Mal Läuse bei den Blättern dahinter wollen, dann kommen sie und fressen diese Läuse. Uns ist wichtig, dass wir den Kindern und den nächsten Generationen einen lebendigen Boden übergeben können, wo auch weiterhin gesunde Lebensmittel wachsen und geerntet werden können. Und zwar für alle. 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 Und zwar für alle.